Herzlich Willkommen bei den Bruder Games, schön dass du da draußen dabei bist und zwar dir dieses Video jetzt anguckst und zwar haben wir einen 24 Stunden Stream, einen Sellout Stream auf jeden Fall für euch vorbereitet, der heute losgehen soll. Wir werden um 22 Uhr heute Abend am Montag anfangen und 24 Stunden Streamen, das heißt bis Dienstag um 22 Uhr und das ist natürlich super super klasse, weil wir hier noch einen Sellout Stream machen. Was heißt Sellout? Ihr könnt nachher natürlich im Stream einfach Ausrufezeichen Sellout schreiben, so wie es natürlich hier geschrieben wird oder wurde und dann kriegt ihr natürlich nochmal eine Liste und zwar die Liste sorgt nämlich dafür, dass ihr euch da draußen per Spenden oder per Donation die Möglichkeit einfach geben könnt zu sagen, pass auf, wir hauen nochmal ein paar Minuten rauf, beziehungsweise eine Stunde rauf, die der Chris beziehungsweise Buller Games halt mit seinem Trupp zusammen streamen soll, länger als 24 Stunden, das heißt ihr habt uns in der Beschreibung einfach nochmal alles erklärt, also 100 Bits sind eine Minute, 1 Tabs sind fünf Minuten, 1 Euro ist eine Minute, damit ihr ungefähr so einordnen könnt, ja. 22 Uhr werden wir anfangen, wir werden es natürlich auf Social Media nochmal posten, wir werden auf Twitch und auf YouTube streamen, wir werden kein Delay benutzen, das heißt falls der ein oder andere da von euch uns stream snipen will, ist natürlich immer ein bisschen scheiße, aber ihr seid heute auf jeden Fall auch herzlich eingeladen, einfach mal zu probieren, dass ihr gegen uns spielen könnt, ist natürlich unfair, aber trotzdem, wir hoffen, dass wir 24 Stunden definitiv durchziehen werden, mal gucken, ob das Internet bei mir durchhält, wir hatten ja in der letzten Zeit schon ein paar Internetprobleme, aber trotzdem, einfach mal so als kleine Information, wer Bock hat, ist auf jeden Fall um 22 Uhr mit dabei, wir haben jetzt schon 2-3 Leute, die mitspielen würden, ansonsten könnt ihr unter dem Video einfach schreiben oder ihr kommt am besten einfach in den Stream rein, um 22 Uhr, ich werde nochmal ein bisschen Palabra dies, das machen, ihr habt oben dann auf jeden Fall nochmal einen Timer, wo steht, wie lange wir schon streamen und hier habt rechts oben auch nochmal eine Zeitangabe bzw. eine Minutenangabe, wie viel Zeit ihr sozusagen euch schon erkauft habt bzw. gespendet habt, wie lange wir denn länger streamen werden, sobald der Timer dann auf 0 ist, werden sozusagen diese ganzen Spenden zusammengefasst, zusammengerechnet und dann wird der Timer einfach auf diese Zeit gestellt und dann wird diese Zeit auch noch auf jeden Fall runtergespielt, ähm, genau. Das ist es erstmal soweit, so gut, wir werden natürlich dann nochmal ein kleines, ähm, wir werden kleine Statistik führen, wer, wie viele Spiele wir, wie viele Matches wir gewonnen haben, wie viele Matches wir verloren haben, wir versuchen halt die ganze Zeit Ranked zu zocken, ähm, ich habe jetzt 2-3 Spiele hintereinander verloren, damit ich auf, ähm, Gold 1 anfangen kann, bei Gold 1 mich einfach hochspielen oder weiter runterspielen kann. Das werden wir dann aber einfach sehen, das war's von den Bruder Games, seid einfach mit dabei, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, 24 Stunden Streamen, kommt immer 4 mal pro Jahr und heute ist es endlich wieder soweit, dass wir für euch einen 24 Stunden Streamen liefern können. Seid mit dabei, um 22 Uhr, um, ja, am 11.1., am Montag, Januar, geht's los. Peace out in Renger, bis später.